Nein, ich bin Bero. Bero, Bero, Bero. Bero, 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 Bero. Sierke sagt, hey, boom, Max, awoo. Es schau nicht so gut, oder? Die Wolf ist das nöt. Wolf ist das nöt. Oder will ich am Verschen, die Wolf, oder? Wolf. Vielleicht ein richtiger Wolf. So einfach hier. Auch wenn du die Stücke hast? Das bruchst du auch. Ah, der bruchst du auch. Also warte ich mir schnell fertig und nachher. Und für was, warum machst du denn die noch? Eben für Sesam. Ah, so. Die kannst du, aha. Nein, ist gut, mach weiter. Noch ein bisschen mehr, vielleicht. Noch zwei Zentimeter. Das ist normal. Ich muss jetzt schauen, ich weiß nicht genau die grossen. Ich schneide den Nacken. Kannst du mir nehmen, super? Das darfst du nicht. Jawohl. Jawohl, du hast die Hand. Jawohl, danke. Okay. Jetzt probiere ich es. Ich weiss es nicht, ich... Es geht dick. Ich weiss, wir haben es ganz aus Papier genommen. Es ist so dick. Es gibt eine grosse. Es ist so dick. Ui, schon gut. Keine schöne Farbe. So. Es ist gross. Wir können nachher eine Hochlinie auch machen. Wir können nachher... Ich probiere. Wie hast du die Packung mit Wasabi? Mit zuerst wasabi in die Mitte. In die Mitte genommen. Also ich mache jetzt eine umgekehrte. Wenn du so umgekehrt mit Sesam möchtest, dann musst du Papier... Ach, dann muss man schauen, wie das kommt. Ich habe gar nicht gekauft. Ja, das ist eigentlich normal so. Der Glänzen. Und die Glänzung ist aussen. Dann habe ich genau gefahren. Aber ich habe nichts. Dann können Sie genau mit dem... Ähm, nein, schon zu spät. Das stimmt. Ah, jetzt habe ich nicht mehr achtet. Das soll ich vielleicht nehmen. So. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich glaube, ich lebe in die Ecke. Ich lebe in die Ecke. Was kann ich euch eigentlich machen? Mit Ries? Das ist so. Das ist so. Dann kannst du da noch ein Ding und ich lebe. Ja, das ist so. Willst du noch mehr mit Haushaus? Papier? Ähm. Kannst du mir? Ja. Kannst du mir? Da klappe ich dir ungefähr. Ups. Kannst du zu meiner Hand? Ich kann gleich weg. Haha. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ja. Ja. Ich habe das. Aber ich will es nicht. Ich glaube, ich kann das nicht so kurz anmachen. Das ist einfach nicht so viel Ries. Tick. Nicht so viel. Ja, ich habe den, den. Ja. Ja. Ich glaube, die Gummantau ist normal dünner noch. Das muss er auch machen, ja. Und das ist schwierig, wenn du das bis hier bist. Es ist besser, nur die Hälfte und dann weiter mit der Hand. Und nicht so weiter mit dieser. Aha. Und das muss auch gehen. Ich bin schlecht mit dem Ries. Beglänzend muss, ja. Beglänzend muss im Wasser, oder? Ja, hast du gesagt. Also, wenn du jetzt eine mit umgekehrt, dann musst du es umdrüllen. Dann muss es glänzend. Dann kannst du es umkehren. Beglänzend. Wenn es normal, wenn es... Dann ist etwa der Ries aussen am Schluss. Aha. Wie meinst du? Also, jetzt ist das aussen und der Ries innen. Und jetzt machen wir Ries aussen und das innen drin. Oh, das geht auch. Und wie schaffe ich denn das? Ich frage mich jetzt auch gerade auf deinen Vater. Da, 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 der Ries ist da, oder? Wie tut das denn mit dem Wasser? Schau mal, diese hier, du! Ist es nicht alles... Nein, Ries ist alles innen. Hat es kein mit Sesam? Nein, da gibt es. Okay, wir probieren. Das bleibt. Ah, ich weiss, ich habe es falsch gemacht. Dann kommt die Folie drauf und dann kannst du es gleich rollen, dann halten sie es nicht an der Matte. Die Folie muss am Schluss drauf. Aber dass der Sesam raus ist? Ja, genau. Hast du das Foto gesehen mit dem Sesam? Nein. Ich habe es auch schon gemacht, aber ich weiss es nicht mehr. In meinem anderen... Vera, du kannst du auch die Batterie rein, ich könnte es besser sehen, als ich auch. Was? Ja, look. Ja, ich nehme es schon mit dem. Ja, mit dem. Ich kann es auch schnell mit dem. Mit dem geht es besser? Ja. Mit dem kann ich noch mal mit dem. Ist das okay? Ja, dachte ich, das ist ja. Aha. Halb Kilo ist viel, ha? Das ist wohl... Wie rechnet man diese zu? Ja, das ist ja. 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 Ja. Das ist ja. Ich bin besser. Ich habe vorher auch ... Ohne besser. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was, ja. Oh, ich habe gestern zum ersten Mal Kleider gewaschen, ich habe mich eben gezügelt und nicht zum ersten Mal gewaschen, es ist ein Desaster geworden. Also zuerst, ich bin überhaupt daraus gekommen, es hat Tömbler und Waschmaschinen und ich habe gar nicht gewusst, was was ist. Ich habe jetzt Maschpulver in Tömbler gerührt. Ich habe gedacht, es ist hier, wo ist das? Ja, wo bist du? Okay. Gut. See you, bye bye. Und dann ist weitergegangen das Desaster, dann bin ich, ah, ich wohne im 16, dann bin ich mit dem Lift hochgefahren. Meine Freundin ging fragen, ja, welches ist der Tömbler oben oder unten? Welches ist die Waschmaschine? Sie hat mir gesagt, ja, vor allem schon, oder? Ich habe vergessen. Dann musste ich putzen, dann habe ich sie in die Waschmaschine getan und dann habe ich Pulver so reingerührt, das ist so komisch, ein komisches Loch, habe ich dort reingerührt und angestellt und dann Wasser rausgespritzt, den ganzen Boden. Scheiße. Was ist das? Wow! Und ich habe so eine Scheiße, 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 es hat nicht mehr aufgehört. Dann bin ich wieder in den Hechten stehen gekommen, so wie der Freund so hieß, du musst gehören. Und dann ist sie gekommen. Und dann habe ich, weisst du, normalerweise das Pulver rein, das war gar nicht in der Maschine, das hat jemand rausgenommen. Und ich habe das nicht gewusst. Und, oh, es ist mega süßig. Und sie hat voll lachen, ich bin nicht der Freundin, aber ja. Es ist egal. Also jetzt so, jetzt habe ich da Sesam, oder? Und wie ist denn jetzt erst so? Und jetzt da zusammen. Und jetzt das Esbisse. Und ruhig, wie denn das. Wie gibt es noch den Magen, ja? Mhm. Und mit Wasser nicht? Da. Ähm, vielleicht wenn es nicht heben kannst du auch wassabiert. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist alles gut. Ja, das ist alles gut. Ja, das ist alles gut. Ja, das ist ja gut. Und jetzt inhalte ich mich dazu. Ja, das ist wirklich Ichендere mal, um den jetzt abzuschnitten, den man den schnitt zu lassen soll dann besser dann passed. Mhm Mmh, okay. Fun. Noch keine Finger? Oh, die mag ich auch, die heißes. Dann kannst du es probieren. Die Randeende mit Schrimps und mit Ingen. Komm, gib mir auch ein Rand. Und dann ist es so schön. Der Rand muss wehren.